Willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry 5. In der letzten Folge wurden wir wieder von diesem komischen Pilz getroffen und sollten jetzt irgendwie so gut es geht hier rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir da mit dem Stuhl runterrollen sollten. Ist das so schlau? Hm, es hat funktioniert. Na gut. Ich weiß halt echt nicht, ob diese Events, wenn wir hier irgendwie von diesen Pilzen getroffen werden, ob das gewollt ist. Ich meine, der Hund hätte uns doch locker geholfen. Es ist halt schon wieder nur die Beichte und es ist halt eine Story-Mission. Aber es macht halt keinen Sinn. Ich glaube, da durch die Tür kommen wir halt echt nicht raus. Deshalb müssen wir uns hier mal einen Weg raussuchen. Die Sache ist ja, die wollen uns halt auch nicht umbringen. Das ist denen relativ egal. Achso, okay. Und ich möchte John danken, dass er mich von meiner Sünde befreit hat. Dank ihm weiß ich... Du weißt gar nichts, mein Freund. Du weißt gar nichts. Wir sind hier jetzt also in so einer Hochburg von diesen Affen. Ich hätte jetzt im Nachhinein doch gern gesehen, was der gemacht hat, ehrlich gesagt. So, du bist ruhig, mein Freund. Meine Waffen habe ich natürlich nicht mehr. Ich habe jetzt eine Rauchgranate und Wurfmesser. Cool. Eigentlich ist es halt schon relativ cool. Das können wir jetzt so als Zweitwaffe nehmen, ne? Ehrlich gesagt ganz gern weiter den Aluminium-Baseballschläger. Der ist halt schon ziemlich lit. Wieso benutze ich solche Wörter plötzlich? Diese Frage stelle ich mir selbst. So, du bist ruhig. Ich weiß gar nicht, wo ich... Wahrscheinlich war ich irgendwie hier hinter, oder? Ich kriege das ja auch nicht auf. Wir sollten halt schon so viele es geht befreien. Komme ich hier raus. Es sind hier halt irgendwelche Silos, aber das ist doch irgendwie voll strange. Wieso hätte man da drin Leute gefangen? Das macht irgendwie alles noch nicht so wirklich Sinn. Finde ich hier irgendwas? Ja, okay. Das war halt echt nicht so schlau, aber der Typ, der wurde halt einfach gefoltert. Und kaum helfe ich ihm. Lol. Logik. Oder habe ich den Typen erwischt? Ich weiß es nicht. Aber es ist super strange. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was ich hier soll. Ja gut, jetzt muss ich natürlich von hier aus neu anfangen. Wer kennt es nicht? Boah, wir sind hier nicht bei Splinter Cell. Das ist doch super strange und einfach nicht in Ordnung. Man könnte doch einfach nach jedem Teil wenigstens ein Checkpoint setzen. Das war halt so auch nicht geplant. Okay, der Typ kommt vielleicht jetzt, wenn wir Glück haben, direkt auf uns zu. Jawohl. Oder sie. Okay, der eine geht ja eh vorbei. Du hast nichts gehört. Gute Nacht. Mann, das ist schon wieder... Ach, furchtbar. Aber immerhin kann ich hier jetzt den Beauty Hudson finden. Hm. Ja, aber wir sind... So ist es. Bald spielt es keine Rolle mehr. Wenn der Kollaps kommt, werden sie es uns ganz nicht gefährden. Sie werden uns all die Angst und den Schmerz vergeben. Die Notfall kann jede sich ganz andere. Werden sie... Genau. Geh ruhig weiter. Alles super. Du hast nichts gehört. Du hast nichts gesehen. Alles ist wie immer. Es könnte schlimmer sein. Weißt du, hier musst du nur beichten. Im Osten, tja, sagen wir mal so. Zu viel Bliss kann einem Ort zu kommen steigen. Faith hat sich hier Engels erschaffen. Aber gut behandelt. Werden sie. Ähm, 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 ähm. Was macht der da? Wieso soll der denn den Dünger einatmen? Kannst du das eventuell lassen? Ja gut, das war halt so nicht geplant. Aber das war auch so super strange, ehrlich gesagt. Nee. So, ich will mich hier nochmal in Ruhe umschauen. Hier war ich nämlich jetzt noch nicht. Kann ich... Dafür brauche ich einen Schlüssel. Da drin ist aber niemand. Ich soll ja irgendwo hier hin. Und sie nennt sich, ich möchte dich umbringen. Also, gestatte ich dir, sei der Zorn. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren. Denn am Ende bist du doch nur ein leerer Körper. Und ich werde genau hier warten. Wir kommen da schon irgendwie rein. Don't worry. Ich hätte gerne deine Waffe. Ich habe keinen Plan, ob ich überhaupt hin muss. Aber nach oben ist halt am schlauesten, oder? Das sind halt einfach Zombies. Ich kann auch einfach hier lang laufen, oder? Oh Gott, das ist schon wieder so komisch. Das ganze Spiel ist halt am Anfang echt ein bisschen komisch. Auch von der Logik her. Ehrlich gesagt, würde ich da jetzt gerne hin und auch wieder zurückgehen und die alle töten. Ich meine, ich habe doch jetzt auch... Habe ich jetzt nicht noch? Moment. Ne, ich habe die von ihm leider nicht mitgenommen. Ich komme dich holen, wenn du bereit bist. Verdammte Scheiße, Jungspund. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich habe gehört, dass John dich erwischt hätte und hat mir schon Sorgen gemacht. Zum Glück hast du es überlebt. Lass mir tanzen, tut mir leid, aber ohne Johns Schlüssel können wir nichts reißen. Du wirst ihn rauslocken müssen, indem du seinen gesamten Laden in Schutt und Asche legst. Also halt dich ran. Okay, ich hätte mir halt die ganzen Cutscenes doch anschauen sollen, aber dann wäre halt wieder die Folge unendlich in die Überlänge gegangen. Und es ist halt anscheinend doch nur so eine Mission. Von wegen, ne, es passiert dies und das und du musst einfach nur wieder entkommen. Und der provoziert uns halt ein bisschen. Mann, als ob ich jetzt meine Pistole verloren habe, aber die kann ich mir ja theoretisch irgendwie wiederholen. Das ist einfach nur krank, aber wahrscheinlich hat der uns auch deshalb angegriffen. Das kann ich mir halt echt gut vorstellen. Das Auto nehmen wir eventuell mit. Oh Gott, das ist so cringy formuliert. Lest es euch gern selbst durch. Das ist einfach nur krank. Also die Leute hier sind krank. Na gut. Ich hätte mir die Cutscenen echt angucken sollen. Ich ärgere mich dann immer stundenlang im Nachhinein darüber, dass ich es nicht gemacht habe. Aber na gut. Jetzt wissen wir immerhin fürs nächste Mal Bescheid. Ehrlich gesagt verstehe ich auch noch nicht ganz, was der Laden hier soll. Kann ich da jetzt nochmal runter? Nein, ich kam von hier, oder? Schon wieder nur so ein Müll. Das interessiert mich gar nicht. Ja, also gut. Nochmal rein komme ich auf jeden Fall nicht. Mann. Gut. Dann nehmen wir jetzt das Auto mit. Ich schaue nochmal kurz, wie geht es hier überhaupt raus. Wird wahrscheinlich hier rüber sein. Gut. Ich fahre am besten erstmal zurück. Boomieren. Hier zum Laden. Da können wir halt auch wieder Missionen bei ihr machen. Wir sollten ja irgendwann zu dieser komischen Kirche. Das können wir auch noch irgendwann machen. Hm. Boah, hier ist so viel Kram. Und wir können bei so vielen Leuten noch Missionen machen. Das ist richtig strange. Ich würde sagen, bei denen machen wir auch mal wieder Missionen, oder? Das wäre auch mal was. Gut. Wir fahren mal ganz vorsichtig hier lang beim neuen coolen Auto, was gar nicht direkt ausbricht. Nein, nein. Ich muss mir halt jetzt neue Waffen kaufen. Anders geht's nicht. Habe ich mein Geld eigentlich noch? Ja. Davon kann ich mir wenigstens neue Waffen kaufen. Ich hoffe, ich muss den Schalldämpfer nicht neu kaufen. Das wäre halt richtig scheiße. Wie das Auto auch direkt mit so einem kleinen Gasstoß hochdreht. Gebt euch mal die Motordrehzahl, wenn man so in niedrigen Drehzahlbereichen ist. Es eskaliert halt direkt komplett. Bei dem könnten wir auch Waffen kaufen, aber wir müssen halt eh zurück ins Dorf. Und schauen mal, was es dann da so gibt. Das war schon wieder eine richtige Müllmission einfach. Vor allem treffen die einen halt einfach random. Ich bin mal gespannt, wie oft die mich noch in diesem Spiel treffen werden. Manchmal verstehe ich schon die Let's Player, die so sagen, ja gut, ich spiele das Spiel lieber auf einfach. So kann man halt echt besser das Spiel zeigen. Aber ich möchte ja halt auch irgendwie so ein bisschen so eine Herausforderung für mich selbst haben. Ich weiß nicht, ich bin da anscheinend einfach ein bisschen komisch, wo wir hier gelandet sind. Das ist auch super strange. Eine Sache wollte ich noch nachgucken. Ah, okay, ich kann den Hund jetzt auswählen und dann hilft der mir. Das ist cool. Oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Ich wollte da eigentlich keine Delle reinfahren in das Auto, was in diesem Spiel sowieso mehr als leichtsinnig gedacht ist. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Oh boy. Oh nein, mach das nicht. Na gut. Ich weiß auch immer noch nicht, was der Typ von uns wollte, aber er hat uns anscheinend ja nichts getan. Er wollte uns wahrscheinlich nur wieder reinigen oder so. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie man im Auto rupt. Ich habe auf H gedrückt und es hat nicht funktioniert. Hm. Ich liebe dich, Auto, aber du bist das bessere Auto. Geh mal bitte direkt ans Geschoss. Da waren doch schon wieder irgendwelche Affen. Na komm. Ach, der stirbt schon. So. Irgendwie habe ich gerade Bock, die alle umzulegen. Das ist aber ein Außenstützpunkt, oder? Okay. Wir müssen, glaube ich, mal den anderen. Es wurde kein Alarm ausgelöst. Das ist doch auch positiv. Das war jetzt eigentlich so, meine Wasserkühlung eskaliert gerade ein bisschen. Ich habe hier jetzt eine Wasserkühlung mit dem neuen Prozessor. Und ich habe die jetzt auf automatisch gestellt, sodass die halt schneller pumpt. Wenn ich mehr mache. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Wenn ich mehr mache, pumpt sie mehr. Wenn ich weniger mache, pumpt sie weniger. Hm. Ich kann gerade keine Gefallen tun. Tut mir leid. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich hier gespielt habe. Dann spiel mal schön weiter. Ich glaube nicht, dass ich hier die Waffen bekomme, die ich haben wollte. Mein Auto ist halt auch einfach weg. Warum? Das finde ich nicht ganz okay. Na gut, wir nehmen einfach eins von den Typen. Der Truck ist nicht hier. Ich nehme da hin. Sorry, no, sorry. Das riecht nach Ärger. Okay. Wir fahren einfach jetzt weiter unseren Weg entlang. Das machen wir jetzt noch in dieser Folge fertig. Da fahren wir jetzt noch hin. Und dann werde ich gleich, denke ich mal, in der Aufnahmepause eventuell mal die Temperatur vom Prozessor checken. Das ist schon ein bisschen... Also ich höre das wenigstens. Es ist halt auf jeden Fall hörbar. Du, Miststück. Ja. Ist das die gute Waffe? Ja. Perfekt. Für die sollte ich mir auch mal einen Schalldämpfer holen. Ups, sorry. Hier ist ja mein Auto. Wie geht's, Kumpel? Äh, ja. Gut, wir fahren weiter. Wo muss ich eigentlich hin? Achso, ich kann also hier einfach quer Feld fahren. Es sei denn, ich lande wieder in einem See. Das könnte auch sein. Ist mir ja bisher noch nie passiert. Möchte ich nur kurz anmerken. So. What the fuck? Wag es nicht. Ja gut, man sieht auf jeden Fall super viel. Also müssen wir quasi immer so diese Tabelle mit der Provokation in Anführungszeichen vollbekommen und können ihn dann umbringen. Sehe ich das richtig? Also so verstehe ich das bisher jetzt, weil man bekommt ja immer mehr Punkte dazu und am Ende ist ja sein Kopf da. Also sehe ich das jetzt so, dass wir ihn einfach so lange abfacken müssen, dass der halt sauer wird. Na gut. Na gut. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall hier noch unser Zeug, unsere Waffen. Was können wir so verkaufen? Ja gut, die brauche ich jetzt glaube ich nicht. Die Karte brauche ich wohl auch nicht mehr, weil es überträgt sich ja immer. Hab ich gelesen. So, jetzt brauche ich wieder meine Pistole. Muss ich die jetzt neu kaufen? Nein. Die kann ich mir hier quasi einfach wieder abholen. Die kann ich hier halt auch noch anpassen und so weiter. Da wird auch direkt wieder das Ding draufgesetzt. Perfekt. Ähm. Ich schaue erstmal beim Gewehr, glaube ich. Die sind alle sowieso strange. Das ist auch so das Einzige, was jetzt wirklich Sinn macht. Gibt es hierfür auch einen Schalldämpfer? Natürlich. Perfekt. Den holen wir uns natürlich auch, würde ich behaupten. Ähm. Ich weiß nicht, welches davon Sinn macht. Ich hatte früher einfach immer die Einfachen. Aber was kann das denn? Prinzipiert für Weltbewerbsschützen, die nach der Goldmedaille greifenden Teilnehmerurkunden sind für Verlierer. Das ist halt schon das Teuerste, ne? Ach komm, wir probieren es einfach. Auf der Pistole machen wir mal das Gleiche. Ähm. Ich hätte halt immer noch gern irgendwie so eine Waffe. Aber die sind halt einfach nur aufgehübscht. Das macht keinen Sinn. Dann passen wir die noch an. Ich spare halt immer noch gern dafür. Also ich hätte immer noch gern... Okay, jetzt kann ich mir das natürlich nicht mehr leisten. Ich habe keinen Plan, was ich da noch gekauft habe. Egal. Wir wissen immerhin jetzt, was wir haben. Ah, okay, das ist auch ganz nice. Auf jeden Fall. Ja, das hat schon was. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, ich war ja immer noch dafür, dass wir drei Waffen tragen können. Wir können ja auch noch mal eben kurz gucken. Da wird die Folge jetzt noch mal am Ende ein bisschen länger mit dem Kram hier. Ach so. Ich hätte aber allgemein gern eine dritte Waffe. Habe ich dann ein bisschen vercheckt. Die haben auch nur sieben Punkte, also lohnt sich das schon mal nicht. Gut, ähm. Ich will aber nicht eine Waffe des Typs im Waffenrad tragen, ehrlich gesagt. Sondern die Waffe, die ich dann auch brauche. Mit dem Vorteil Waffensammler. Die Vorteile sind doch hier, oder? Genau. Was ist denn hier Waffensammler? Zusatzholster? Wo ist das denn? Ist das irgendwo hier? Waffenprofi? Kann ich auch mit der Dings da durchgehen? Ja. Perfekt. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Weil mit der Gesundheit geht's doch öfters mal schon schnell zugrunde. Ähm. Mich interessiert das trotzdem. Hier ist Waffenprofi. Waffenprofi? Waffensammler hier. Okay, dafür muss ich einen Leutnant besiegen. Okay, super strange. Aber ich würde sagen, wir setzen hier einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Musik Ajst es. But Untertitelung des ZDF, 2020